Startschuss! Das Energiegeld für Rentner wird ab dem 1.12.2022 ausgezahlt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir können sagen, Daumen nach oben, die Energiepreispauschale für Rentner wird ab dem 1.12.2022 ausgezahlt. Alle gesetzlichen Voraussetzungen sind erfüllt. Das heißt, der Gesetzgeber hat hier die entsprechenden Vorlagen im Bundestag umgesetzt. Das Gesetz für die Renten- und Versorgungsbeziehenden und die Änderungen im Übergangsbereich, kurz Rent-EPBG, wird in Kürze zum 1.12.2022 in Kraft treten. Das heißt, für gut 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die eine gesetzliche Rente am 1.12.2022 erhalten, das ist der Stichtag, werden sich freuen können. 300 Euro Energiepreispauschale werden durch die Zahlträger der Rentenversicherung ausgezahlt. Das ist auch nichts Neues, aber wir können sagen, jetzt geht es los. Die Rentenversicherung wird schon alles vorbereitet haben, dass rund 20 Millionen gesetzliche Rentenempfänger bis zum 15.12.2022 die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro ausgezahlt bekommen. Sie werden sicherlich kein extra Bescheid bekommen, sondern wahrscheinlich nur eine Überweisung mit diesem 300 Euro. Und sollten Sie nicht mit dabei sein, dann haben Sie die Möglichkeit, ab dem 9. Januar bis zum 30.06.2023 bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaftbahnsee in Bochum einen entsprechenden Auszahlungsantrag zu stellen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel